Friedrich der Zweite, genannt der Große, hat Preußen von 1740 bis 1786 als König regiert, also 46 Jahre, eine lange Zeit. Aber noch länger hat es gedauert, ein größeres Denkmal für ihn in Berlin zu errichten. Das wurde erst 65 Jahre nach seinem Tode fertiggestellt. Warum hat das so lange gedauert? Wie wird er dargestellt? Auf welchem Pferd reitet er? Welche Zeitgenossen sind am Denkmal zu sehen? Warum wurde aus Friedrich dem Großen Friedrich der Versteckte? Wann kehrte er wieder an die Straße unter den Linden zurück? Die Antworten dazu gibt es in diesem Video. Friedrich der Zweite selber wollte zu seinen Lebzeiten kein Denkmal. Aber bereits kurz nach seinem Tod gibt es die ersten Vorschläge dafür. So ist Johann Gottfried Schadow, der unter anderem die Quadräge auf dem Brandenburger Tor gestaltet hat, Zeit seines Lebens bemüht, ein öffentliches Reiterstandbild König Friedrichs des Großen zu schaffen. Er darf aber lediglich einige Standbilder, zum Beispiel in Stettin, anfertigen. Im Laufe der Zeit gibt es dann fast 100 Entwürfe und Modelle bedeutender Bildhauer. Anlässig einer Akademieausstellung im Jahre 1791 erfolgt eine Flut an Vorschlägen der führenden Künstler der Zeit. Es scheitert an der Kostümfrage. Viele Entwürfe stellen Friedrich in antiker Gewandung dar, entsprechend dem Wunsch von Friedrich Wilhelm II. seinem Nachfolger auf dem Thron. Im Gegensatz dazu wollen ein großer Teil der Bevölkerung und der Militärs Friedrich so sehen, wie sie ihn in Erinnerung haben, in seiner Uniform. Danach tendiert Friedrich Wilhelm II. zu einer architektonischen Lösung. Es gibt Entwürfe für einen Rundtempel und eine monumentale Tempelanlage mit Mausoleum. Bevor etwas entschieden ist, verstirbt der König. Sein Nachfolger, Friedrich Wilhelm III., hat kein großes Interesse mehr an dem Vorhaben und verschleppt die Realisierung über Jahrzehnte. Zudem haben in der Zeit der Napoleonischen Kriege andere Dinge Vorrang. Umso mehr Interesse zeigt der Kronprinz, der spätere König Friedrich Wilhelm IV., der sich auch sonst als Förderer der Künste einen Namen macht. Also wird ab 1829 wieder fleißig entworfen. Der Kronprinz selber bewundert sein Urgroßonkel sehr und will ihm zum Ruhme in Potsdam auf den Höhen nördlich Sanssoucis eine Triumphstraße anlegen, deren Bauten aber größtenteils Luftschlösser bleiben. Wo heute die historische Mülle steht, soll ein Tempelbezirk, der Akropolis in Athen ähnelnd, entstehen. Nachdem Friedrich Wilhelm III. für Berlin zunächst eine traianische Säule fordert, nach dem Vorbild einer Ehrensäule, die im Jahre 112-113 nach Christi für den römischen Kaiser Trajan in Rom errichtet wurde, stimmt eine eigens einberufene Regierungskommission für das Modell eines monumentalen Reiterstandbilds. Die Kommission trifft auch die Auswahl und Anordnung der Zeitgenossen, die im Sockelbereich neben allegorischen Figuren verewigt werden sollen. Christian Daniel Rauch, der bekannteste Schüler von Schado, erhält am 29. Februar 1836 den Auftrag. Von Schado ist der Spruch überliefert, mein Ruhm ist in Rauch aufgegangen. Die Grundsteinlegung erfolgt am 1. Juni 1840, dem 100. Jahrestag der Thronbesteigung Friedrichs II. Die Herstellung der Teile und Bronzefiguren nimmt viele Jahre in Anspruch. Rauch hat dafür zahllose Mitarbeiter, die zur Elite ihrer Zeit gehören. Große Werkstätten werden eingerichtet. Auf Initiative von Rauch wird nach modernsten und effizienten Verfahren, wie der Teilformerei in Sand, gearbeitet. Er holt auch den Ciseleur der Kunst- und Glockengießerei Lauchhammer nach Berlin. Zu Beginn des Jahres 1851 sind alle Teile, Nebenfiguren und Reliefs gegossen und werden vor der Zusammenfügung ausgestellt. Am 31. Mai 1851 wird das Monument schließlich feierlich enthüllt. Die Berliner Reim angesichts der gescheiterten Revolution von 1848. Alter Fritz, steig du hernieder und regier uns Preußen wieder. Lass in diesen schweren Zeiten Friedrich Wilhelm weiterreiten. Schauen wir uns nun das Ergebnis genauer an. Die Gesamthür des Denkmals beträgt 13,5 Meter. Der rechteckige Sockel in seiner größten Ausdehnung misst fast 7 x 9 Meter. Der Sockel besteht aus zwei Teilen, einem Unterbau aus Granit und einem Bronzeaufbau, der wiederum drei Bereiche hat. In der untersten Zone sind nur Inschrifttafeln eingelassen. Die mittlere, weit zurückspringende Stufe bietet Platz für fast frei plastische Figuren, über deren Köpfen in einer zweiten Zone flacher Reliefs zu sehen sind. Ein allen Ebenen werden die Ecken durch Voluten oder Figuren betont. Die Reiterskulptur ist 5,5 Meter hoch. Friedrich II. ist als alter Fritz, als volkstümliche Persönlichkeit dargestellt. Die rechte Hand, von der ein Krückstock herabhängt, hat Friedrich in die Seite gestützt, die Zügel hält er locker in der linken. Er ist in eine historisch genau wiedergegebene Uniform gekleidet, die vom locker auf die Schulter gelegten Mantel nur teilweise verdeckt wird und auf dem Kopf trägt er einen Dreispitz. Der Dreispitz bestimmte zusammen mit dem Zopf das Männerkostüm des 18. Jahrhunderts. Insbesondere Offiziere und der Adel trugen bevorzugt diese Hutform. Er fand dann auch Eingang in die bürgerliche Kleidung. Da fällt einem doch gleich das Lied ein. Mein Hut, der hat drei Ecken, drei Ecken hat mein Hut. Und hätte er nicht drei Ecken, so wär's auch nicht mein Hut. Friedrich reitet in ruhiger Schrittstellung auf seinem Lieblingspferd Condé. Der Fliegenschimmel Wallach war erst als elfjähriger, 1777 in England, für Friedrichs Marstall erworben und von dessen Stallmeister Wettke zugeritten worden. Nach dem ersten Ausritt gibt ihm der König seinen Namen und Condé avanciert schnell zum Lieblingspferd des Königs. Das Tier wird im Schlosspark in Potsdam gehalten und genießt, ebenso wie die Windhunde des Königs, viele Privilegien, so auch das Betreten des runden Salons im Schloss Sanssouci. Es wird geschildert, dass Condé Friedrich auf Schritt und Tritt folgt, um sich an Melonenscheiben, Feigen und anderen Leckereien aus seiner Rocktasche zu bedienen. Condé überlebt seinen Herrn um vier Jahre und stirbt in einem für ein Pferd ungewöhnlich hohen Alter von 38 Jahren. Seine Haut wird präpariert und ausgestopft und später, zusammen mit dem blausampenden Geschirr, das Condé zu Lebzeiten getragen hat, im Hohenzollernmuseum, dem heutigen Deutschen Historischen Museum, ausgestellt. Im Zweiten Weltkrieg wird Condé leider durch eine Luftmine zerstört. Condé Skelett, ebenfalls präpariert, ist heute noch im Anatomischen Museum der Freien Universität Berlin in Dahlem zu finden. Zwei Themenbereiche bestimmen den plastischen Schmuck des Sockels. Im oberen Fries sind Szenen aus dem Leben Friedrichs dargestellt. Interessant ist die Darstellung des nachdenklichen jungen Fritz auf der Frontseite. Die Sockelfiguren stellen die vier Monarchentugenden Gerechtigkeit, Weisheit, Stärke und Kriegstüchtigkeit dar. Letztere verkörpert durch die römische Göttin Bellona, die die ursprünglich vorgesehene Mäßigung ersetzt hat. In den beiden unteren Bereichen sieht man berühmte Zeitgenossen Friedrichs. Insgesamt sind hier 74 Männer dargestellt, die Namen sind darunter zu lesen. Weitere Namen werden auf den Inschrifttafeln an Längs- und Rückseite genannt. Auf der Vorderseite ist die folgende Widmung zu lesen. Friedrich dem Großen, Friedrich Wilhelm III. 1840, vollendet unter Friedrich Wilhelm IV. 1851. Die vier Reiter an den Ecken stellen vorne rechts Prinz Heinrich von Preußen und links Herzog Ferdinand von Braunschweichwolfenbüttel dar. Hinten den Husarengeneral Hans-Joachim von Zieten und den Kavalleriegeneral Friedrich Wilhelm von Seidlitz. Alles führende Militärs der Schlesischen Kriege, genauso wie die Relieffiguren dazwischen. Auf diese möchte ich jetzt aber nicht im Einzelnen eingehen. Wer wissen möchte, wer genau dargestellt ist, kann das Video jeweils kurz anhalten. Die Rückseite bildet eine Ausnahme. Sie ist den Vertretern von Frieden, Kunst und Wissenschaft vorbehalten. Im Volksmund hieß es dazu, Die Herren von Kunst und Frieden seien nur deshalb unter dem Schweif des Rosses platziert worden, damit für sie auch etwas abfielen. Zu sehen sind unter anderem Lessing und Kant, während der Architekt des Königs von Knobelsdorf nur auf der Tafel genannt wird. Nach der Fertigstellung des Denkmals zum 111-jährigen Jubiläum seiner Thronbesteigung, kann der König 90 Jahre lang sein Forum Fridericianum, wie der Bereich mit Opernhaus, Königlicher Bibliothek, St. Hedwig's Kathedrale und Universität genannt wird, in Ruhe betrachten. Mit einer kleinen Unterbrechung in den Tagen der Novemberrevolution am Ende des Ersten Weltkriegs wird auf ihn geschossen. Zum Ende des Zweiten Weltkriegs wird er dann eingemauert und übersteht den Krieg unbeschadet. Nach dem Krieg nutzt man die Ummauerung zunächst, um politische Plakate anzukleben. Aber 1949 erklärt der Leiter des Amtes Museen des Ostberliner Magistrats, der königliche Reiter muss weg, weil er gegen Osten reitet. 1950 wird dann Tabula rasa gemacht, das Berliner Schloss wird gesprengt, das Kaiser Wilhelm Nationaldenkmal zerstört und die, ebenfalls von Rauch geschaffenen, Statuen der Generäle Bühle und Scharnost vor der neuen Wache entfernt. Und der Magistrat beschließt die Versetzung des Reiterstandbildes Friedrichs in den Park von Sanssouci. Die Schutzhülle wird Ende Mai entfernt, worauf Buntmetalldiebe erhebliche Beschädigungen verursachen. Im Juli erfolgen die Abnahme des Denkmals vom Sockel, die Zerlegung und der Transport der Einzelteile nach Potsdam. Sie erhalten auf dem Lagerplatz der Berliner Baufirma Stuck und Naturstein gegenüber dem neuen Palais ein mit Stroh abgedecktes und eingezäuntes Versteck. Ein zuverlässiger Mitarbeiter wird dafür verantwortlich gemacht, dass die Teile des Monuments sicher und unbemerkt von der Öffentlichkeit gelagert werden. Aus Friedrich dem Großen wird Friedrich der Versteckte. Noch einmal muss er sein Versteck wechseln, dann wird das Standbild 1962 wieder zusammengesetzt und im Hypodrom des Parks Charlottenhof aufgestellt. 1980, nachdem ein Umdenken in der Geschichtserfassung der DDR stattgefunden hat, ist es Erich Honecker persönlich, der Friedrich zurück nach Berlin beordert. Dieser nimmt seinen Platz unter den Linden wieder ein, um sechs Meter nach Osten versetzt. Das vorhin zitierte Gedicht wird entsprechend umgetextet und lautet nun, alter Fritz, steig doch hernieder und regiere du uns wieder. Lass in diesen trüben Zeiten lieber unseren Erich reiten. Friedrich erlebt die Wiedervereinigung, ist aber nicht im besten Zustand und man entscheidet sich für eine aufwändige Restaurierung. Sie erfolgt über drei Jahre von 1997 bis 2000, für umgerechnet eine Million Euro. Die Schmutzschichten müssen mit dem Skalpell per Hand abgetragen, schwere Schäden durch Umweltgifte und mechanische Beschädigungen beseitigt werden. Rauch hatte damals Demidorf-Kupfer aus St. Petersburg für den Guss bestellt. Eine besonders weiche und dehnbare Bronzelegierung mit zehn Prozent Zink und vier Prozent Zinn. Dieselbe Legierung wird nun erneut gemischt, um Risse zu schließen, Löcher zu stopfen und verlorene Teile wie Krückstock, Steigbügel und Zaumzeug nachzugestalten. Die Arbeiten werden an die Firma Bettina Ross GmbH vergeben, die sie in ihrer Berliner Werkstatt unter Aufsicht der Denkmalschutzbehörde erledigt. In der Zwischenzeit werden auch das Stützfundament erneuert, neue Kandelaber und ein neues Ziergitter angefertigt. Anschließend wird das Reiterstandbild auf zwei Tiefladern zurückgebracht und an der ursprünglichen Stelle wieder aufgestellt. Im Jahr 2006 erfolgt nochmals eine Grundreinigung, bei der das Standbild eine Schutzschicht aus Wachs gegen Graffiti erhält. So glänzt und blinkt es jetzt noch immer. Eigentlich schade, dass die detaillierten Darstellungen vom unten vorbei flanierenden Betrachter nur schwer zu erkennen sind. Ich hoffe, ich konnte diese mit meinen Aufnahmen etwas sichtbarer machen und bedanke mich fürs Zuschauen. Wie immer freue ich mich über Kommentare, Anregungen, ein Like und ein Abonnement. Vielen Dank!